Heute schauen wir uns das beliebteste, sehr schwere Level dieser Woche an. Aber ich gehe mal davon aus, dass es... Äh, Kai so ist, okay. Ah, ich sehe, was zu machen ist, okay. Also zuerst auf hier runter und dann nach oben. Oh, hier drüber. Oh, mir gefällt dir die sehr gut, das damit... Äh, ach Manu. Dass hier mit diesen beweglichen Elementen gearbeitet wird. Oh Gott. So, diesmal machen wir den Full Jump, perfekt. Ah, ich dachte, ich muss auf den Block warten, und hab mich schon gewundert, wie das funktionieren soll. Aber gut, das kriege ich hin. So, jetzt wissen wir, wir müssen nicht auf ihn warten. Hier unten geht's weiter. Okay, jetzt auf die Plattform. Vermutlich, oh, auf die Luzier. Den nach links, nach rechts, sorry. Und jetzt hier auf diese... Nein, dauert zweimal. So, diesmal hier zweimal. Und jetzt von hier nach da oben. Oh, auf den da, okay. Spin Jumpen. Oh, ich verstehe. Heieie, okay. Checkpoint. Ja, ist definitiv nicht leicht. Aber sehr cool. Sehr, sehr cool. Hab ich so noch nie gesehen. Und mir gefällt der Einsatz. Die Steinblöcke werden zwar häufig eingesetzt, aber ich finde nicht so cool wie hier jetzt. So, jetzt hier rüber. Jetzt zweimal bouncen. Aber der funktioniert, okay, jetzt. Ah, okay. Also ein bisschen... Es war Cheese ist dabei. Aber das ist ja, wie ich schon oft gesagt hab, keine schlechte Sache. Das war ein hervorragendes Level. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.